Oh Gott, ich muss dran denken mit meinem Sohn, vor dem Futter haben wir in den großen Rödern. Ich habe so alle Angst in den Wagen stehen. Sogar auf zwei Einstellungen. Vielleicht wenn ich ein paar tausend Fotos gemacht habe, die sind dann wieder gerade. Vielleicht ist es schon heiß genug. Ich will auch vom Hebel fallen. Echste, 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 Echste. Nein, das ist nein. Da nicht. Nein, das ist nicht. Das ist rein und zwar das wille. Guck mal, jetzt machen wir noch ein Gläschen.